hallo und herzlich willkommen schön dass du das eingeschalten hast ja da keine ahnung der dritte versuch vierte versuch mit dem dungeon aber wie ihr seht ich habe jetzt die beste rüstung ich bin ja nicht leer rausgegangen aus der dungeon also wir haben auch verstärktes leder also konnte ich meine rüstung schon mal ein bisschen besser bauen ich habe mir sprengpfeile gebaut ich dachte mal das wird vielleicht funktionieren und gut und versuch mal jetzt noch einmal entweder möchte ich so viel oder gibt es andere möglichkeit aber wir versuchen es wir gehen na 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 gut ich muss ja irgendwann mal neue schild bauen einmal also das ist schon déjà vu was wir heute haben ich glaube ich momentan in das scheißloch hier reingegangen bin ich nicht ziel licht ich hoffe es man sieht's gut gut Gah! Mein Schild geht, ja, weil der Held nicht lange geht durch. Gibt es gleich noch ein besseres Schild? Aber ich glaube auch Stahl ist, das habe ich ja schon. Gut. Jetzt kommen wir da. Wir können hier mal testen. Komm her. Oh, es brennt. Brennfall. Brennfall, also. Neurio. Wie komme ich hier so hin? Warte mal, Sandmeer. Okay. Wollte ich gerade sagen. Na, na, na. Das hält nicht so. Jawoll. Jawoll. So, hier oben sind wir auch noch mal Spinnen. Rollen. Rollen, rollen, rollen. Und... Das macht mich ja total... Fatsch. Ja, genau. Trockne, so. Ich bin da. Ja, genau. Ja. Ja. Da. Zybom ich möchte was haben wir waffen lieber haben als hätten hatten wir sagen wir hier gut jetzt lässt sich noch mal so verstehen sie doch das ist du weißt es brennt ja ja aber irgendwie so richtig brennt die langsam oder was machen die warte mal wie kann ich jetzt hier umschalten hat mich mal was essen das benutzen wenn man schützt was am arsch oder so Und jetzt noch ein Moment. So, okay. Jetzt schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob das was bringt jetzt hier. Hier blüht schon das... Okay, die schießen trotzdem. So, okay. Das ist so blöd, dass wir die Vasen... Ach so, der Pumms hat die Sprengfallen auch nicht, oder? Äh, die Sprengfallen... Äh, Feige. Das ist so viel. Pumms. Das ist so viel. Oh, was war das? Ah, Spinnchen! Wenn die Wesens brennen würden... Ich meine, das Skelett ist ja aus Holz... Dann wiss ich schon was ich meine. Ich muss... Ah, oben... Ich hab da keine Chance. Ich hab da echt keine Chance. Oh. Das Vieh ich muss... Ich muss direkt treffen. Komm! Guck doch mal! Geh doch mal! das bräuchte nicht wenn ich jetzt alles so raus müsste Das war's für heute. Öl, wo kommt das Öl her? Gut, wir haben jetzt noch. Eins. Ähm. Komm. Katzenfälle. Äh, auch mal Katze. Nathan, das ist gut. Oh, was ist das? Was ist das? Gut. Ich dachte, weil die Spinne da drauf liegt. So, schauen wir mal, was wir noch haben. Da kommen ja noch mehr. Wie krieg ich die kaputt? So, wir schalten noch das auch nicht, ja? Wenn die wissen, brennen wirken. Hm. 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 ist raus brennt sehr nichts das scheiße wohnen die sich die kräpelt wohnen die sich die kräpelt wohnen die sich die kräpelt ok 2 ist noch mehr wird nun mal Katzenfärbung mit oh ich muss mein waffe reparieren geht das? ne der bereich stahl aber ich kann ja reitbarkeit reduziert ja ist ja geil gut geht's mal schauen wie wir jetzt noch da sind ok poren schütze und die weich drauf nehmen können oder oh 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 wir müssen hier lang hier lang gut 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 oh können wir jetzt schon ok 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 mal schauen ob sie schon dezimiert haben ok 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 ach du kackle, ist okay, ich trinken wie machst du den K-Hit, wie machst du den K-Hit ach, ich hätte ein paar Bind nehmen können, ach, Schleuze und spinnen, worum kommt es spinnen jetzt noch einmal wie sind meine Rost verstärktes Väter habe ich da, aber keine Eisenbahn habe ich da, wo bin ich hier das weg nach außen wo bin ich jetzt erst mal schauen jetzt ich bin ja lang gelaufen ist ein anderer weg war es alles nehmen und ab was ist hier ich muss ihn bestimmt töten hey 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 so warte hey hast du nie was sie kriegt was war zürbungen wird welchen reparatur kit mache Ich habe keine Chance gegen den. Gut ausweichen. Gute Hammer. Ja, aber. Bringt mir jetzt nix. Ich werde es nehmen und ab. Gut. Ich glaube ich habe... Ich werde es nicht schaffen. Ich werde es nicht schaffen. Komm ab. Wir müssen weg. Gut. Die dann... Oh, warte mal. Ich bin hier. Hier komme ich dann raus. Wenn ich so drum herum laufe, komme ich da raus. Und deswegen waren auch die Haufen spinnen da. Ich laufe mal hier lang. Wir müssen gleich die Spinnen kommen. Ja. Hier. Hier. Aha. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ob der überhaupt besiegbar ist oder mit was für Waffe ich den besiegen kann oder muss. Und was ist, wenn ich den nicht töte, lohnt sich das, den Aufwand zu töten oder lohnt sich das nicht? Gut, dann sag ich mal, das war's. Das waren 30 Minuten Kampf. Und gut, dann sag ich mal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Sater Züglich. Tschüssi.